Sie sticht ein Messer in den Korken und dreht ihn mit einem Kitschengeräusch aus der Flasche. Ein sattes, fruchtiges Aroma strömt aus der Flasche. Sie hält sie unter ihre Nase und atmet tief ein. Sie legt die Flasche an den Lippen und den Kopf in den Nacken. Nach einem tiefen, langsamen Schluck schmatzt sie mit den Lippen. Ein paar Jahre über seinen Höhepunkt hinaus. Gut, dass wir ihn jetzt genießen. Sie schwenkt den Wein in der Flasche und hält sie dir hin. Einen Schluck trinken. Geteilte Last ist halbe Last. Manea reichte die Flasche. Eine unangenehme Schärfe ist in den Wein gekrochen, aber er ist dennoch ein feiner Tropfen. Gemeinsam lehrt ihr die Flasche. Manea hat befriedigter Verstand erhalten. Zeit, ein paar gute Erinnerungen zu schaffen. Sie wischt sich den Mund mit dem Handrücken ab. Last der Erinnerung ist abgeschlossen. Ein Kranz zur Asche abgeschlossen. Paligina geht mit Erfahrung zurück. Mit dem Segen der Duchessa von Palmina begann Paligina eine eingehende Untersuchung des Vandalismus auf dem Militärfriedhof. Nach einigen Graben, sowohl wörtlich als auch bildlich, gelang es Paligina, den einzigen Schuldigen ausfindig zu machen. Den Enkel eines Soldaten, der wegen Feigheit in der Schlacht von Lagun Pirella hingerichtet worden war. Dem jungen Mann zufolge war so sein Großvater Opfer einer Verleumdung und wurde unschuldig hingerichtet. Die Duchessa und die Songreta Ducala von Palminia sichteten die vorliegenden Beweise und entschieden, das Ansehen des Großvaters wiederherzustellen, indem sie seinen Namen in das Denkmal zu Ehren der Gefallen von Lagun Pirella gravieren ließen. Der junge Mann hatte sich dennoch einer langen Liste vom Vergehen gegen palminische Gesetze und Bäuche schuldig gemacht. Die Duchessa verbeite ihn auf einer Lebzeit von der Insel. Asche der Erinnerung. Hm. Gut. Damit wäre auch das erledigt. Während dem des Gefängnisses sind dicke Korallenarme um eine Ahlensammlung alter verwitterter Reliquien herumgewachsen. Ich sehe, was du da bekommst. Ich bin hier. Ich glaube, es kann nicht helfen. Was ist hier drin? Sand Wiegels Knüppel. Okay, sowas nehmen wir doch dann mit. Es ist die Frage, darf ich mich unten rumtreiben? Ach ja, was hat man näher jetzt gekriegt? Ein befriedigter Verstand. Plus zwei Entschlossenheit. Nicht schlecht. So, mal kurz ein Quick-Safe machen. Hm. Hm. Hier ist kein Zutritt. Ich gehe dann jetzt. Okay. Wir werden aber so gleich wieder hochgeschickt. Ich gehe dann auf. Gut, das heißt wir können jetzt Wahrscheinlich die Prüfung machen Bist du bereit für die Rezitation? Wir können mit der Rezitation beginnen Sehr gut, wir beginnen mit dem Anstieg Zuerst kommt Anthu, zuletzt die Anthu Denn die Gezeiten kommen am Ende und gehen am Anfang Ich bin Disaman, die Ebbe Ich bin Disaman, die Ebbe Wer kommt dieses Weges? Ich bin Disaman, die Ebbe Gesegnet sei Disaman, der über das Ufer wäscht und das Ende bringt Gesegnet sei Disaman, der zum See zurückkehrt und den Anfang zurücklässt Ein Gabenbringer kommt zu Disaman und bittet ihn seine Last vorzutragen Welches Geschenk bietest du an, Gabenbringer? Ich gebe meine Arbeit und mein Glauben, denn sie machen mich zu dem, was ich bin Ich gebe das Leid derer, die trauern Ich gebe mich selbst, denn ein Gabenbringer hat keine anderen Geschenke anzubieten Ich gebe ein einzelnes Kupferstück Die drei haben wir aus dem Buch gelernt Das Geschenk wird in Andras Namen empfangen Erzähl mir von deiner Last Nehmen wir das In Andras Umarmung werden wir von unserer Last befreit Guato wirkt zufrieden, er nickt Man eher seufzt, erleichtert Die Gezeitenbringer erweist sich als ihre Aufgabe würdig Deine Aufgabe hier, Gezeitenbringer, ist die Durchführung der Zeremonie des Anstiegs Sie ist der Übergang von einer Phase des Dienerns in die nächste In der Halle des Schweigens unter uns leben unsere gesalbten Brüder und Schwestern der Ebbe Seit vielen Jahren aus freien Stücken eingesperrt Es ist Zeit, dass sie aus dem Dienst entlassen werden Und dass die Brüder und Schwestern der Flut hier ihren Platz einnehmen In den unteren Hallen findest du ein Relikt Andras Zeugen Ein Aspergil, um Weihwasser zu verteilen und noch etwas anderes Das Gerät wird die Hallen des Schweigens überfluten Das ist der Anstieg Werden die Leute dort unten nicht ertrinken? Ich glaube, das ist der Sinn Was tue ich, wenn der Anstieg abgeschlossen ist? Wenn ich unser Zeugen habe, was mache ich dann damit? Nehme ich die zwei Die Flut wird die Ebbe ersetzen und in der Halle des Schweigens bis zum nächsten Anstieg Wache halten Wenn du den Anstieg abgeschlossen hast, bringst du Andras Zeugen zu mir hierher Ich zeige dir das Letzte, was du dann noch wissen musst Wenn ich anderes Zeugen habe, was mache ich dann damit? Das Gerät, das es erbedient ist, ist ein einfacher Ventil-Mechanismus Wenn du es siehst, wird es dir klar sein Ich werde wiederkehren, wenn der Anstieg abgeschlossen ist Um dein Bestimmungsort zu erreichen, musst du das Zeichen der Gezeit kennen, das nur der Oberabt hütet Es heißt, es sei das erste Wissen, das verloren geht, wenn der Abt sich der Ebbe in der Halle des Schweigens anschließt Sieh genau zu Ja, was hat sich jetzt getan? Mir ist jetzt nicht viel hier Also nehme ich den Weg runter in die Halle des Schweigens und das ist auf dort Halle Wenn ich ihn richtig verstanden habe Okay Okay Hier ist kein Zutritt Es beginnt also, du darfst passieren, Gezeitenbringerin Sag gewarnt, die Ebbe befindet sich seit langer Zeit in der Halle des Schweigens Sie sind nicht mehr bei gesundem Verstand Deiner Inwesenheit könnte sie provozieren Hm Diese gewaltigen Kupfer hat den Knochen, die im Eis eingeschlossen sind, scheinen zu den Hüften eines riesigen Skeletts zu gehören Das ist jetzt nicht so, welch Rondras, äh, Rondras Avatar, der hier eingefroren ist, oder? Hm? Zindeabtei, man kommt, ah ja stimmt, man kommt hier sogar raus auf die Burgmauern Oh, ich kriege wenigstens meinen Enterhaken wieder Sorge dafür, dass sie eine größere Portion bekommen Ich werde sie nicht mit ihrem Magen in die Umarmung der Göttin fallen lassen Sie haben vor allem genug Schwester, dafür habe ich gesorgt Hm Nee, Geld habe ich ehrlich gesagt genug Ich muss jetzt hier nicht den Tempel leer räumen So eine furchtbare Diebin bin ich dann ja doch nicht, zum Glück Wellenkampfschlüssel und Eintopf, hm, was zu essen Toll, und das war es hier im Großen und Ganzen Das heißt, wenn ich Hier aufmache, dann Sind die alle feizselig Nein, es tut weh Es soll aufhören Mein Kopf, dieser Lärm, hör auf Oh, ich bin jetzt So kümmert sich also Andra um die Iren. Wer ist da? Graue Haarbüschel wachsen an dem Hinterkopf dieses Mannes wie Sträucher. Seine Unterlippe krümmt sich nach innen über einige wenige verlorende Zähne. Ein mordiger Geruch umgibt ihn wie eine Nebelwolke. Bist du das, Edith? Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich wollte dich suchen, aber das Blizzert dauert lange. Ich bin so sorry.